Servus bei Firmings und Lautertick. Schön dass du wieder da bist. Heute geht es um die Mappvorstellung Arocerasul V2 so wie gesagt das ist die V2 der Arocerasul. Die Mapp hat eine Größe von 150 Megabyte. Die Mappe ist Thornis, das ich auch sprechen kann, und Mayo Lokomodding. Also, einmal kurz einschauen. Schaut nach einem viereckigen See aus. Feldpreise würde ich sagen, ja, geht. Wir schauen uns aber wirklich alles im Detail an. Zuerst, äh, Transportmission gibt es. Das ist gut. Fahrzeuge gibt es keine. So, schauen wir uns einmal den Haupthof an. Schaut nach Reis aus. Weizen. Es fällt komplett unter Wasser. Da ist auch ein Feld komplett unter Wasser. Okay. Ist interessant. Da ist ein bisschen weit sogar. Schön in Reihe und Glied. Okay. Ja, hier ist aber nichts besonderes der Haupthof. Aber vor allem auf dem Haupthof sind nur Hühner. Hier sind die Schweine. Verkaufstelle ist ein bisschen versteckt. Das heißt, man muss hierher rüber fahren, damit man den Mist bekommt. Okay, aber es liegt alles unter Wasser. Ich bin nicht unbedingt ein Freund davon. Kuhweide. Ist auch so ziemlich unter Wasser. Okay. Ja, okay, von mir aus. Hm. Hm, hm, hm. Hm, hm, hm. Kommt doch raus. Nein, natürlich nicht. So, Schatz. Hm, irgendwie. Okay, hier sind kleine Bäumchen. Okay, hier wird nichts angezogen. Hat sie überhaupt Fehler? Ah, ja. Kostak. Dankeschön. Ah, ich frage mich nur eins. Wieso, dass die Mappe nicht schon können? Dass es keine Kostaks gibt. Dass die Mappe fehlerfrei ist. Ich verstehe es nicht. Kurzes Resümee über die Mappe. Ja. Dass dort alles unter Wasser steht und hier alles unter Wasser steht, verstehe ich nicht ganz. Weil es steht auch nichts in der Beschreibung drinnen. Aber mir soll es egal sein. Ich sag nur, was ich mir denke. Und ich sag nicht mehr und nicht weniger. Wenn alles richtig funktionieren würde und nicht alles unter Wasser wäre, würde ich sagen, ja. Die Mappe ist in gewisser Weise interessant zu spielen, aber für mich persönlich eher nicht. Ich hoffe, ihr teilt meine Meinung über die Mappe. Und das war es dann auch schon. Wenn meine Arbeit euch gefällt, dann freue ich mich über ein Like und abonnieren zu vergessen, damit ihr immer wieder über Maps informiert werdet. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Ciao. Ciao. Ciao.